Jesus ruft alle Senioren ins Gebet 20. August 2016 Worte von Jesus an Schwester Claire Übersetzt und gesprochen von Jackie Claire begann Unser lieber Herr Jesus ist mit uns Herzbewohner Heute, in der Anbetung, spielte der Herr all unsere Lieder ab, beide Ezekiels und meine Jedes einzelne, welcher wir aufgenommen haben Und es ist wunderschön, denn sehr oft denke ich nicht viel darüber nach, was mir in einem Lied geschenkt wird Und dann zurückzukommen, wenn jene Lieder von dem Herrn ausgewählt werden Da wir unseren Player auf Zufallsmodus schalten Und den Heiligen Geist unsere Lieder wählen lassen Wenn jene Lieder abspielen, um mir selbst zu dienen Erst dadurch wurde mir klar, was diese Lieder bezwecken und wie wichtig sie sind Und etwas, das der Herr mir heute über Musik in den Sinn brachte, ist Dass man einen Brief schreiben kann und damit eine Person erreichen Und das ist wichtig Aber man kann ein Lied schreiben Und Tausende oder Zehntausende mit der gleichen Botschaft erreichen Das ist also Teil unseres Dienstes Und das ist etwas, woran wir weiterhin arbeiten werden Sobald ich mit dem Porträt fertig bin Oftmals fühlen wir uns beeinträchtigt, weil wir es lieben, mit allen zu korrespondieren Und doch sind wir auch gerufen, diese Lieder aus dem Himmel zu empfangen Und sie in eine Gabe umzuwandeln, damit sie Tausende von Seelen erreichen werden Was für ein kostbares Geschenk dies ist für alle, die dadurch berührt werden Als ich in die Lieder eindrang, wählte der Herr eines von Terry McCullmans Liedern Holy is your name, heilig ist dein Name Welches ein wunderschönes Anbetungslied ist Und ich sah, dass Jesus und ich in einem Ballsaal tanzten Es war ein formaler Anlass Und ich trug das genau gleiche Kleid Welches ich mit 16 zum Abschlussball trug Er sprach es sogar an Dass es tatsächlich jenes Kleid sei Er trug einen schwarzen Smoking Und mein Herz war in der Anbetung Als wir zu jenem Lied tanzten Der Saal war voll mit anderen Paaren Ich vermute, dass alle mit ihrem Jesus tanzten Es legten sich Dinge auf mein Herz, während wir tanzten Dinge, welche ich nach seiner Botschaft gestern sagen wollte Über die Älteren Und mit 70 gehöre ich auch dazu Er scherzte Du tust es wieder Du liest meine Gedanken Er lächelte Und ich scherzte zurück Sagt die Schrift nicht, dass wir die Gesinnung von Christus annehmen sollen? Er lächelte Gut ausgedrückt Ich hatte den besten Lehrer Den Heiligen Geist Der Herr sagte Das hast du tatsächlich Bitte teile das, was auf deinem Herzen ist Es ist wirklich mein Herzenswunsch Dass meine Erschöpften Das hören Sie brauchen eine Erneuerung In ihrer Denkweise Eine neue Perspektive Ganz einfach Ich sah deutlich, dass auch jene von uns Die viele Jahre zählen 60 und darüber Immer noch frisch und komplett in der Lage sind In die Welt hinaus zu ziehen Um eine Kraft für das Gute zu sein Er zeigt uns, wie wir beim Abschlussball waren Weil dies die schnellste Art ist Wie wir uns in die Anfangsjahre zurückversetzen Als junge Erwachsene beginnend Wir sind nicht vertrocknet In irgendeinem Altersheim Wir leben und sind voll geistiger Vitalität Und wir haben die Fähigkeit zu führen Und kraftvoll zu beten für jene Ohne die Salbung der Erfahrung Welche die Lebenserfahrung mit sich bringt Er zeigt uns den Abschlussball Weil das ist, wer wir wirklich sind für ihn Beides auf Erden und im Himmel Wir fangen erst gerade an, ihr Lieben Wir haben, was die jüngere Generation dringend braucht Wir haben die Fähigkeit, die Gefahren des Materialismus Der Gier und der Sinnlichkeit zu durchschauen Und für junge Mütter und Väter zu beten Welche immer noch in den Wegen der Welt wandeln Jesus begann wieder Warum denkt ihr, meine Geliebten Dass ihr nur 33 seid im Himmel Habe ich euch die Jahre nicht wieder zurückgegeben Welche die Heuschrecke verschlungen hat Seid ihr nicht für immer wunderschön für mich Für immer auf dem Höhepunkt meiner Schöpfung Habt ihr nicht für mich gelebt Und die Welt aufgegeben für mich Wie soll ich euch denn sehen Erschöpft, voll an Jahren und ausgelaugt Oder voller Leben, Kraft und Elan Nicht was die Welt Elan nennt Vielmehr was ich Elan nenne Heilige Tugend Ein Herz, das für mich schlägt Ein Herz aus Gold Für immer atemberaubend schön im Himmel In jenem Moment ging ich zurück Um das Wort Heuschrecke nachzulesen Und mein Browser öffnete folgendes Rema Berufung bedeutet heute auch Die harte und enorme Aufgabe der Kirche zu verstehen Jetzt mehr als jemals zuvor Damit beschäftigt zu sein Den Menschen ihre wahre Natur zu lehren Ihr Ende, ihr Schicksal Und den Treuen die immensen Reichtümer Der Nächstenliebe von Christus zu offenbaren Das war das Zitat, welches so viel ich weiss Von Mutter Teresa aus Kalkutta stand Aber wie perfekt es die herrlichen Reichtümer Hervorhebt, die uns im Himmel erwarten Von welchen ein neuer Körper Sicher nicht das wenigste sein wird Über welchen wir alle glücklich sein werden Und die Wahrheit und Realität von dem Wer wir vor Gott sind In genau diesem Augenblick Wir sind diese Schönheit Wir feiern unseren Eintritt in die Welt Genauso wie wir den Abschlussball feierten Als wir jung waren Aber jetzt verfolgen wir keine weltlichen Und fleischlichen Ziele mehr Sondern sind bemüht Den Willen Gottes zu erfüllen Jesus begann wieder Meine Bräute Ich möchte, dass ihr wisst Dass ihr in diesem Augenblick Besser in der Lage seid Meinen Willen zu erfüllen Als jemals zuvor In eurem Leben Ihr mögt in euren 80ern sein Aber er tragt immer noch jenen Funken Liebe Und Licht für mich Und jener Funke kann einen ganzen Wald in Brand setzen Ein kleiner Funke kann tausende von Quadratmetern Der Dunkelheit zerstören Das ist eure Berufung Ein kleiner Funke zu sein in dieser Welt Jenes eine Wort, das ihr zu einem Jungen sprecht Das in Aufruhr und Verwirrung ist Kann genau das sein, was nötig ist Um die Dunkelheit in seinem Leben zu verbrennen Und seine Füsse auf den richtigen Kurs zu lenken Jenes eine Gebet, das ihr für ihn sprecht Könnte der Schlüssel sein für ihn Um in den Himmel und ins ewige Leben einzutreten Weil ihr so lange unter der Sinnlosigkeit der Menschen gelebt habt Habt ihr keine richtige Vorstellung von dem Gebet Alles von Wichtigkeit aus weltlicher Sicht Das euch präsentiert wurde Bedeutet eine grosse Anstrengung Es ist teuer, ausgeklügelt und mächtig Nach dem Standard der Welt Aber schaut auf meine Anfänge War ich nicht nur eine Stimme Eine sanfte Stimme Die in Liebe meiner Schöpfung zurief An meinen Festtisch zu kommen Könnt ihr ein Preisschild auf die Bergpredigt heften? Draussen in den Hügeln auf dem Gras sitzen Ein natürliches Amphitheater Sonnenlicht Ein einfacher Lehrgang Welcher geschenkt wurde Und welcher den Kurs der Menschheit änderte Und die religiösen Würgegriffe zerschmetterte In welchem die herrschende Elite jener Tage Die einfachen Männer und Frauen festhielt Eine Heilung Eine Frau, die mein Gewand berührte Und eine unreine Frau noch dazu Geheilt und allen um sie herum Waren die Augen und Herzen geöffnet Für den wahren Charakter ihres Gottes Ich schlug die Frau nicht, weil sie mich berührte Obwohl das Gesetz solches verboten hat Nein, ich kann um das Herz des Gesetzes zu erfüllen Die Liebe Aber es wurde so einfach ausgeführt Durch eine Berührung Keine Amphitheater Keine Schöre Keine Lichter Keine Kamera Keine Action Etc, etc Nein, nur ein einfaches Wort Hab Mut, Tochter Dein Glaube hat dich geheilt Und ihr Leiden, das zwölf Jahre gedauert hatte War beendet Und alle, die es sahen Waren von ihrer Blindheit geheilt Von ihrer geistigen Blindheit Dies ist die Kraft in euch Ihr Älteren und Gebrechlichen Dies ist, was ihr in euren eigenen Händen habt Dieses Wort Dieses Gebet Das ihr sprecht Hat die Macht Den Kurs der Geschichte Für eine einzelne Seele zu verändern Und vielleicht noch mehr Denn wenn jene Seele sich verändert Verändert sie alle um sich herum Und auch die nächste Generation Ihr habt keine Vorstellung von der Macht Die ich euch anvertraut habe Hatte nicht der junge Mann Nathan aus Israel Welcher die Nahtoderfahrung erlebte Den unendlichen Wert der Gebote beschrieben? Gute Taten Welche aus dem reinen Motiv getan werden Mich zu erfreuen Und das ist der Charakter Dessen, was ihr anzubieten habt In euren letzten Jahren auf Erden Ihr habt die Leidenschaften der Jugend Durchlebt Ihr habt die dummen Dinge getan Welche die Unerfahrenheit im Leben Mit sich bringt Ihr seht die Fallen deutlich Welche jenen in der Welt Vor die Füsse gelegt wurden Wenn sie auf den Kanal kommen Und ihre Kommentare hinterlassen Meine Bräute Ihr seid jetzt genauso wunderschön Und leistungsfähig Wie ihr es in den Tagen Eures Abschlussballes wart In Wirklichkeit Seid ihr jetzt geschmückt Mit den unbezahlbaren Juwelen Der Weisheit Welche euch nur Jahre Voller Erfahrungen und Leiden Schenken können Und ich habe euch ein Publikum geschenkt Einen Ort Wo aufgewühlte Seelen Hingezogen werden Und nach Antworten suchen Adoptiert sie Und macht sie Zu euren Söhnen und Töchtern Engagiert euch im Gebet für sie Und bleibt in Verbindung Seid da für sie Und bietet ihnen eine Schulter Zum Anlehnen und Weinen Was bringt es Gutes Wenn ihr euch in der Anbetung anfüllt Wenn ihr es nicht über andere giesst Es bringt nichts Und wie kann ich mehr heilende Salbung Über euch gießen Wenn ihr eure Gefässe Nicht über andere gelehrt habt Ihr wurdet eingeschüchtert Und entmutigt von einer Gesellschaft Welche die Weisheit der Jahre nicht ehrt Aber ich habe euch gesalbt Und euch diesen Auftrag gegeben Geht und verbindet das Einsame Verletzte und Verwirrte Betet für sie Sprecht ein Wort zur rechten Zeit Über ihre Situation Verfolgt dieses Wort weiter Macht Aufzeichnungen von den Namen der Seelen Die ihr berührt Speichert die Gespräche Damit ihr eure Erinnerung auffrischen könnt Wie ihre Situation war Ihr habt gesehen Wie Satan die Technologie genutzt hat Nun, jetzt sollt ihr erleben Wie ich sie nutze Stück für Stück Um die Verlorenen zu verwandeln Das Schmerzgeplagte zu trösten Und die Jungen und Unerfahrenen In ihrem Lebenskurs zu steuern Ja, ich habe euch Ein sehr mächtiges Hilfsmittel gereicht Und euch eine riesige Audienz von Suchenden eröffnet Wendet es richtig an Macht mich stolz auf euch Ich werde euren Elan Und eure Weisheit erhöhen Während ihr euch selbst über andere gisst Reicht zu jenen hinaus Um euch herum Die voller Jahre sind Ermutigt sie Sich dieser Schlacht der letzten Tage anzuschliessen Sie können auch Teil sein Von dieser mit Weisheit angefüllten Armee Selbst wenn sie nur im Bett liegen Unfähig sich zu bewegen Bringt die gebrochenen Herzen zu ihnen Und bittet um ihre Gebete Oh, wie mächtig die Gebete jener sind Die Krankheiten erleiden Und sich nicht bewegen können Wie mächtig Nur ihr müsst sie überzeugen Dass sie auch eine ausschlaggebende Rolle Zu spielen haben Wenn sie im Zentrum des Rades liegen Da all ihre Gebete hinausreichen Zu allen Speichen Diese, welche ermattend im Bett liegen Wurden zum Scheitern gebracht In ihrem Zweck Mein Königreich aufzubauen Sie wurden angelogen Dass sie wertlos seien Unwichtig, unfähig Irgendetwas zu tun Oh, was für eine grosse Lüge das ist Ein Zerrbild und der Autor dessen Ist kein anderer als der Vater der Lügen selbst Weil er fürchtet Dass diese anfangen zu beten Und sein Königreich zu Fall bringen Und seine Absicht vereiteln Die Jungen in die Hölle zu zerren Aber ich appelliere an euch Meine Bräute Sie von etwas anderem zu überzeugen Sie haben die mächtige Waffe Von Simons Kreuz Welche sie schwingen können Von jenem Rollstuhl aus Von jenem Bett Aber ihr müsst sie überzeugen Und sie in die Arbeit einbeziehen Und engagieren Werdet ihr dies für mich tun Werdet ihr Krieger heranziehen Die euch unterstützen mit jenen Die dabei sind unterzugehen Ich appelliere an euch Meine Bräute Weil es da eine grosse Armee gibt Welche brach liegt Dahinsichend und verkümmernd Und die nichts haben Wofür es sich zu leben lohnt Ihr könnt ihnen diese grosse Aufgabe anbieten Für euch zu beten Und sogar sich zu erheben Und zu lernen Wie man mit dem Internet umgeht Und ein Teil davon zu sein Von dem was ihr tut Danke euch meine Treuen Ich rufe euch zu Diesen Seelen wieder eine Hoffnung Und einen Sinn zurückzugeben Durch ihre einfachen Gebete Und macht weiter Jenen Funken hinauszutragen Welcher den Wald der Dunkelheit In Brand setzt Und meine Verlorenen zurückbringt Ins Licht Für alle Ewigkeit Ihr seid meine auserlesenen Instrumente Und mit euch Werde ich es tapfer ausführen Und mit euch Ich rufe euch zu